Leder und Kunstleder benötigen eine besondere Pflege, da das Leder durch die Sonneneinstrahlung und Schmutz spröde werden kann. Für jede Lederart, Verschmutzungsgrad oder auch Lederzustand muss entschieden werden, welche Reinigungsmethode angewendet wird. Wir verwenden in diesem Fall das Sonax Premium Lederpflegeset. Es beinhaltet alle notwendigen Pflegeprodukte für die intensive Lederreinigung, darunter ein Lederreiniger und eine Lederpflegecreme. Dieses Set kann sehr gut bei oberflächlich gefärbten Leder angewendet werden. Der Lederreinigungsschaum wird mit einer weichen Bürste aufgetragen. Der Schaum wird sanft in das Leder eingebürstet. Sehr schnell erkennt man, wie der Schmutz aus dem Leder gelöst wird. Bei hartnäckigen Verschmutzungen sollten Sie nicht zu stark reiben. In der Regel bewirkt dies nichts. Es besteht lediglich die Gefahr, dass die obere Schicht des Leders beschädigt wird oder die Farbe aus dem Leder gelöst wird. Mit dem Lederreiniger von Sonax können Sie bei Glattleder keinen Fehler machen. Der Reiniger eignet sich allerdings nicht für Velour oder Alcantara Leder. Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Mikrofasertuch werden die Reinigerrückstände und der Schmutz von dem Ledersitz gelöst. Der Sitz muss nun trocknen. Nach dem Trocknen wird mit einem weichen Applikator die Lederpflegecreme auf das Leder aufgetragen. Man sieht umgehend ein wunderbares Ergebnis. Das Leder wirkt beim Berühren weicher und glänzt wieder. Die Pflege muss bei strapazierten Leder, wie z.B. bei einem Cabriolet, nach einiger Zeit immer wiederholt werden.